In Raschau im Erzgebirge reift der Nachwuchs heran. Auf der K4-Schanze. Das ist neu. In Planica am Fuße des Triglaff klingt währenddessen unter dem üblichen Getröte die Weltcup-Saison aus. Auf der K185-Schanze wie immer. Kleine Schanze, große Schanze, früh übt sich und so weiter. Aber wer war denn meisterlich und begehrt? Auf der K185-Schanze.